ja Klingeln ja soll ich drauf drücken? ja ok ich hab drauf gedrückt ja das muss man ganz nötig um Kronstein werden und sie können selber alleine nicht gehen? nein, sie ist das erste Mal hier im Fahrstuhl ich hab drauf gedrückt ja, sie wird wohl ich gucke mal nee, das ist wohl nicht die Dame, die Schaubarm macht ich weiß nicht, wo die sind ich muss, ich kann mal einlesen soll ich mal hingehen? und Bescheid schlagen bitte ich geh mal hin und sage Bescheid ja ich geh mal hin und sage Bescheid ja 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 ich hätte es schon viel eher machen müssen ja, aber ich hab nicht ja ja die Schwestern hat gesagt sie kommt sofort ja ja ich hab nicht gesagt ja ja bitteschön bitteschön ja 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 Also hier, ich dachte, sie schreit immer, weil sie alle kamen, sie kamen nicht alle Klingeln dran, weil sie am Tisch saß. Dann sind wir gleich hingegangen.